Die Tochter von König Willem Alexander und Königin Maxima hat den königlichen Palast mit ihrem ehemaligen Studentenwohnheim getauscht, das weiterhin unter strenger Beobachtung steht. Im Oktober 2022 bestätigten der König und die Königin der Niederlande den Verdacht, dass die Sicherheit der niederländischen Thronfolgerin gefährdet sei. Das Königspaar erklärte, dass seine älteste Tochter, Prinzessin Amalia, aufgrund einer Reihe von Drohungen durch Mobber gezwungen war, ihr Studentenwohnheim im Zentrum von Amsterdam zu verlassen. Im vergangenen Sommer wurde die Verhaftung eines Verdächtigen namens Mohammed E. bekannt, den die Polizei mit Ridouan Taghi, dem Anführer der sogenannten Mokromafia, in Verbindung brachte. Er wurde verdächtigt, die Ermordung oder Entführung von Prinzessin Amalia zu planen. Die niederländische Drogenmafia bedrohte auch den belgischen Justizminister Vincent van Quickenborn, der nach Bekanntwerden eines möglichen Komplotts, in das er verwickelt war, in ein sicheres Haus evakuiert wurde, wo er mehrere Tage mit seiner Familie verbrachte. Während der Häftling die Anschuldigungen aus dem Gefängnis heraus als »verrückt und beunruhigend« bezeichnete, hatten die Informationen direkte Auswirkungen auf das Leben der Tochter des Königs und der Königin, die seither unter strenger Bewachung lebt. So wurde die junge Erbin unter dem wachsamen Auge der Geheimdienste in den Palast Juiz ten Bosch verlegt, dürfte aber häufig die Grenzen überschreiten, vor allem nach Madrid, wo sie Freunde und königliche Cousins hat. Es gab sogar Gerüchte, dass sie in Erwägung ziehen könnte, sich in Spanien niederzulassen, insbesondere angesichts der häufigen Reisen von Königin Maxima dorthin. Doch nun scheint wieder Normalität in Amayas Leben eingekehrt zu sein. Dies wurde von mehreren Quellen der niederländischen Zeitung Het Parool bestätigt, die versichert, dass Prinzessin Amaya wieder in ihrem Haus im Zentrum von Amsterdam wohnt. Nach Angaben der Zeitung gibt es neue Aktivitäten in der Umgebung des Studentenwohnheims der Kronprinzessin. Kürzlich wurden neue Überwachungskameras an der Gracht installiert, die das Wohnheim umgibt, sodass jede verdächtige Bewegung genau beobachtet werden kann. Bislang hat der niederländische Geheimdienst, im Interesse der Privatsphäre der Prinzessin, weder bestätigt noch dementiert, dass Amaya wieder in der Stadt lebt. Vor Amayas Rückkehr in ihr früheres Leben war die Situation für die gesamte königliche Familie schwierig. Die Prinzessin, die an der Universität von Amsterdam Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft studiert, hatte bei einem Besuch in St. Martin im vergangenen Jahr angedeutet, dass sie ihren gewohnten Studienalltag sehr vermisst. Und in seinem Podcast durch die Augen des Königs verriet König Willem Alexander, wie schwierig diese Zeit war. Die Ungewissheit, der Mangel an Freiheit, so will man seine Kinder nicht erziehen und so will man sie nicht weitergeben, sagte er. Mangel an Freiheit, so will man sie nicht auf die DDR. Mangel an Freiheit, so will man sie nicht mehr brunchen.